Hey, hey, ich bin Maria von Moreau Food und heute möchte ich dir mal zeigen, wie ich meine Putzmittel für Küche, Bad und so ziemlich Universalreiniger selber mache. Das sind jetzt, um genau zu sein, drei Sachen, die ich dir zeige. Und zwar einmal den Universalreiniger für ziemlich alles, dann fürs Bad und auch das Spülmaschinenmittel. Und das nutze ich jetzt, also das Spülmaschinenmittel nutze ich seitdem wir hier in Berlin wohnen, also so ungefähr seit März, April. Und diesen Allzweckreiniger nutze ich bestimmt jetzt schon seit über einem Jahr oder zwei Jahren, ein Jahr würde ich sagen, und bin damit super zufrieden und nutze auch nicht wirklich was anderes mehr, weil das ist einfach so effektiv und wirkungsvoll, dass ich nichts anderes mehr brauche. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wurde das wirklich alles sauber, aber Essigreiniger ist wirklich so ziemlich das Beste. Wie sage ich sonst immer, der Gnall im All. Ja, ich will aber nicht so viel reden vorher, sondern ich möchte dir hier erst mal zeigen, wie ich die Mittel mache. Als erstes mache ich meinen Allzweckreiniger und dafür schäle ich Zitronen und nutze die Zitronenschalen, gebe die in ein Glas und fülle das Glas ungefähr mit einem Achtel mit Essig-Essenz und fülle dann den Rest mit Wasser auf. Und dann lasse ich das Glas für ungefähr zwei bis drei Wochen stehen. Und hier habe ich schon zwei vorbereitet und dann gebe ich das Ganze, die Flüssigkeit, mit einem Trichter in ein Glas und fertig ist das Putzmittel. Und das nehme ich sozusagen für die Küche. Für das Putzmittel im Bad, da gebe ich dann noch ein oder zwei Tropfen Spülmittel mit dazu. Das gebe ich einfach mit dem Löffel rein und dann ist das fertig. Und dann will ich dir auch noch mein Spülmaschinenmittel zeigen und dafür nehme ich Waschsoda, Natron, Geschirrspülsalz und Zitronensäure und gebe das in eine Schale. Und dann rühre ich das Ganze um. Und das genaue Rezept findest du auf meinem Blog morerawfood.de. Da findest du die genauen Mengenangaben. Und dann, wie gesagt, als letztes gebe ich jetzt noch das Salz mit hinzu. Dann ist das fertig. Schüttel ich einmal ordentlich durch. Das geht dann schneller als das Umrühren. Und fertig ist auch dieses Putzmittel. Das sind also meine Haushaltsreiniger, die ich hier nutze. Ansonsten habe ich eben so Bürsten und Sachen so aus dem Unverpacktladen mir gekauft. Und das ist alles, was ich jetzt so nutze und bin damit super zufrieden. Also das macht gut sauber. Und ich finde auch diesen Duft einfach toll, wenn es so richtig schön nach Zitrone riecht. Was ich vergessen habe, dir in dem Video zu zeigen, als ich die Mittel gemacht habe. Ich mache mir da meistens noch so ein bisschen ätherische Öle mit rein. Damit es auch noch mal mehr sauber macht und auch noch schön riecht. Und wenn du da noch mehr Informationen haben möchtest zu meinen ätherischen Ölen, dann schreib mir gerne eine Mail an info at morerawfood.com. Und dann helfe ich dir da gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich über deinen Kommentar. Was nutzt du so für deine Küche? Hast du vielleicht noch irgendwelche Putztipps, Sachen? Wie machst du das in deinem Haushalt? Was nutzt du da so? Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich lese noch jedes Kommentar. Ich freue mich über jedes Kommentar. Auch über dein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video. Bin mal gespannt, was das wird. Und sag bis ganz bald. Lass es rucken. Maria.